...verzogen, aber nur um eine Minute. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, 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 nein. Ah, Nuhu. Ja, Nubi, Nubi, hier. Wie viele hast du denn? Sieben? Sieben. Siebenundsieftig hab ich. Du hast siebenundsieftig? Weißt du, wer jetzt acht hat? Was? Ich hab acht. Und damit beendet wir auch die Folge. Was? Nein, 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 nein. Hallo, Hallöchen, liebe Freunde und willkommen zu einer Adventure-Map und wir spielen Toy Story 2. Und ich bin zusammen hier mit dem... Pumpkin, halli, hallo. Hallo. Genau. Und nachdem wir da so eine schöne Runde Blitz-Survival-Games hinterlegt hatten, haben wir uns gedacht, wollen wir einfach mal eine Survival-Map zusammenspielen, oder eine Adventure-Map. Jawohl, da haben wir uns einfach gedacht, YOLO, YOLO. Ja, wir haben uns YOLO gedacht und dann haben wir halt diese Map gefunden, beziehungsweise ich hatte halt die Idee, weil die Map... Ich mag die. Und dann... Ich kenn die nicht. Ah, das ist eine Kiste. Ah, okay. Ja, die ist voll komisch aus. Ja, ja. So süß wie so eine kleine Spielbox. So, was nehmen wir denn? Jeder liest irgendwie ein... Ach so, ein Bett? Okay. Ein Bett? Nimmst doch ein Bett, ja, ja. Ich nehm einfach ein Bett. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber ich nehm's raus. Okay, also... Ah, du hast die Bücher genommen. Was? Du Schlawiner. Nein. Noch kurze Erklärung. Wir laden die Folgen abwechselnd hoch. Also die erste Folge kommt bei uns beiden, die nächste... Die eine Folge kommt... Die nächste Folge dann, also Part 2 kommt beim Pumpkin und die nächste kommt dann wieder bei mir. Also die Geraden bei mir und die Ungeraden bei... Konzo. Äh? Wow. So, was hab ich denn als erstes? Ich glaub in... In... Was... Ja, was... Ja, alles recht. Äh... Introduction. Okay, Introduction lese ich als erstes. Okay, los. Drei Seiten, ich lese es aber schlecht. Ähm... Also willkommen zu der Map, weil das ist leider alles auf Englisch. Ähm... Oh, Übersetzer macht er auch noch... Raid of this map is lalalala... Irgend so ein Typ... Ne, das will ich gar nicht lesen, was hier steht. Das ist nicht wichtig. Das ist nur von wem die Map ist und alles. Das interessiert uns nicht. Einfach darunter, einfach darunter. Einfach weg damit. So. Genau. Jetzt Regeln am besten. Oh. Rules are very simple. Ähm... Wir dürfen... Nichts kaputt machen. Außer... Beside... Also außer... Ähm... Münzen. Ich weiß nicht, wie hier Münzen aussehen. Vielleicht werden wir das noch erfahren. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Weil, äh... Münzen sind, glaub ich, die Hauptsachen, die wir sammeln müssen. Oh mein Gott. Und wir haben übrigens hier noch, äh... Extra ein Texture Pack für diese Map. Ja! Das ist geil. Das ist geil. Ähm... Und alles Weitere ist, äh... Auf meiner Seite verlinkt. Also... Ah! In der Beschreibung könnt ihr noch was anderes sehen. Okay. So. Weiter geht's. Ähm... Was? Also. Äh... Achso, wir sollen einfach... Das ist ganz einfach. Wir sollen einfach nicht zerstören und einfach den... Den... Deren Aufgaben, die uns gegeben werden, folgen. Nein, das ist runtergebombt. Was, 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 was? Und... Nein, ich kann das nicht. Jawohl. Aber runter mit dir. Nein, das liegt da immer noch. Hä? Ich hab das... Hä? Und jetzt? Super. Okay, jetzt steht hier YouTube. Achso, ähm... Äh, wenn man hier ein Let's Play von macht, äh... Dann sollen wir einen Typ reintun. Okay, wir tun den Macher einfach... Boah, wie man hier rumbackt. Ja, übel. Ja, aber man soll den Macher einfach in die Beschreibung tun. Und das läuft dann und das mach ich auch. Gut. Ich auch. Nein, ich mach's nicht. Wie halt der Injolo-Sweger. Nein, ich mach's nicht. Ja, der macht das natürlich nicht, aber ich mach's. Jump here. Okay, wir hüpfen runter. Also, Uranz runter, oder was? Oh, ja. Oh, ich bin fast tot. Ich auch. Und was steht hier? Hä? Hä? Achso, keep inventory on and off. Da können wir einstellen, wie gut... Okay, wir sind doch Noobs. Wir machen Inventory. Und. Und. Ja, genau. Ähm. Dann grief. Mob. Hä? Achso, das heißt, da ist Creeper ins Explodieren. Lassen wir einfach an, oder? Ja, ja, das ist YOLO. YOLO-Sweger. Ja, das ist YOLO. Einfach YOLO. Und, was gibt's noch? Was heißt Weed Pada, Jess, Klocki? What? Hä? Das ist polnisch, glaub ich. Achso, das steht oben einmal und unten einmal, glaub ich. Piledrops. Oh mein Gott. Achso, was lese ich hier? Warum lese ich dieses polnisch? Ich kann kein polnisch. Weed Pada, Jatz, Pretz, Demietoi. Ein Wunder, dass wir die Schiller nicht geklaut haben. Ah, nein. Ah, witzig, witzig, witzig. So, wir müssen jetzt... Ach, hier ist ne Kiste. Ja, ein Stern. Was? Ich hab schon einen Stern. Nein, 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 nein. Nein, wir haben... Was? Warum hast du nen Wettbewerb? Was? Hier ist auch ein... Ah, Mist. Ja, jawohl. Egal, ich hab das Buch. Ah, das ist ein Wetter-Skeletten-Kopf, oder was? Hä? Ich zieh das mal aus. Ah, ha, ha, ha. Schau mal, das füllt einfach... Und wir haben extra noch spezielle Skins. LOL! Ja. Warte, Magal Kraften... Ah, ja. Oh, ja, ha. Ey, ja. So, so, weiter jetzt. Wo geht man hin? Wo gehen wir hin? Wenn Andy spielt, scattert Those Münzen Ums Haus Ja, lol, übel Pro-Englisch bist du jetzt Okay, wenn Andy spielt, he scattert those Coins around the house Oh mein Gott, oh mein Gott These are points, find them as much as you can Okay, wir sollen diese Münzen, die wir gerade eingesammelt haben, so viele davon finden wir können und irgendwie wird's dunkel und das macht mich nicht geil Ich hab übrigens noch einen Teil gefunden mit dem Skelettenkopf-Ding-Skeletten Okay Sorry, ich wollte das nicht Was hast du gemacht? Nichts, nichts Ich hab gar nichts so mitgekriegt Ich bin einfach aufgestanden Einfach Brain AFK Soll ich den Zombie noch killen, weil wir können sonst nicht pennen, oder? Nein, können wir, nein Mein Bett So Leute, es geht auch weiter Ich wurde kurz unterbrochen, aber ich denke mal Das ist kein Problem für uns, oder? Nein, natürlich nicht Das hält uns nicht davon ab Ah, hier ist noch ein Buch drin Ja, das hab ich eben schon rausgeholt Ist da nichts drin, oder nichts Interessantes? Nö, da war gar nichts Da stand irgendwie nur, wir sollen die Münzen sammeln Ah ja Und wer die meisten Münzen hat, ist einfach der Oberbabbo Der Oberking Ja, und ich will irgendwie die Pflanze klettern, wenn hier schon so eine Leiter ist Was? Sicher? Ich will die Pflanze klettern Was? Hier ist ein Zombie Nein, ein Skeletch Nein Ich bin auch Nein, ich bin nicht Doch, ich bin drüben Ich hab's geschafft Ich auch Ich geh jetzt da hoch Ich bin ja dumm Ah, ich schlag dich runter Nein Ja, ich bin runtergefallen Ich bin runtergefallen Wie kommen wir hier immer weiter, ey? Keine Ahnung, ich mach das jetzt einfach hier Nein, nein, nein Oh mein Gott Und, und, und? Nein, ich bin runtergefallen Ah Ich auch, aber ich So halb nur Ich bin ein Indianer Boah, das schaffen wir nicht Ich geh nicht da Wir wissen gar nicht, wo wir hoch müssen Müssen wir irgendwo hoch? Ah, nein Was, was, was? Lol Gut, dass man die Sachen behält Gut, dass wir diesen Pussy-Mod Schau mal hier Komm mal hier hinten Hier ist so eine Kiste mit der Lederrüstung und alles Hier, hier Ja Cool, da waren wir gar nicht Hier, hier, hier Wir haben uns gar nicht so umgeschaut, was hier alles passiert Nein, wir haben gar nichts gemacht Nein, ich kann den nicht killen Achtung, Achtung Was hat der eine Portal Gun? Eine Laserkanone hat der Hier ist, ich habe ein Schwert Ach egal, hier ist der Rüstung Ja, ja, hier Nein, ein Creeper Achtung, Achtung, nein Komm Nein, nein, nein Loll Der creept unsere Map Scheiße Weil der schlägt Ein Steak Ich nehme zwei Und Zack Was ist das? Hä? Pumpkin, was? Ah, wie geil Was? Zieh den mal auf Hä? Geil Wie du aussiehst Ja, und du erst Du siehst genau gleich aus wie ich Ich bin ein Featured, du siehst um ihn dann aus Danke Warte, warte, warte F2 So, ich habe auch einen Ich habe auch einen Okay, geil Ich sehe meinen aus und mache dann ein Bild Ich habe jetzt 1000 Bilder von dir So Oh, geil Aber du hast ja eigentlich schon Kürbis auf, aber das ist ein komischer Kürbis Das ist ja komischer Ich halte das Nein, oh, ich muss essen wirklich, ey Ja, ich auch Oh, und Blitze essen, Blitze essen, oh Ich esse die Blitze, aber hiermit kann ich nicht, ich ziehe diesen Helm aus Der sieht besterrt aus Ja, okay Der irgendwie irritiert mich, das nach einer Zeit Ich habe ja sonst schon so ein Glasteil um den Kopf Oh, naja Oh, ja Okay, ich lese mal, was steht hier drin Äh Du liest, du liest, was ist da los mit dir? Ne, hier steht auch nicht mehr Ja, okay, dann Wir gehen weit, wir müssen jetzt erkunden Einfach so rein Ich will die auf die Pflanze, ich will eigentlich auf die Pflanze Weil da scheint bestimmt irgendwas zu sein Guck mal, man kann einfach so eine Kletterpflanze Ja, nein, da oben ist nicht Doch, da wäre ein Kopf Aber ja, ich habe Da gehe ich tausendmal down, bevor ich da hinkomme Jo Oh, ich habe schon eine Idee Oh mein Gott, er hat eine Idee Okay, ich mache einen Versuch noch, einen Versuch mache ich mir Ich habe, ich habe einen gefunden Jawohl Ach, ich lasse dich jetzt alleine, ich mache jetzt auch einen Versuch Jawohl, ich habe, ich habe drei Köpfe Dinger gedöhnt Jawohl Und ein String, dass sie das ausgehen Ach, egal, ich versuche das nicht, auch Ich will das versuchen, nein, ich will es nicht versuchen Oh, er ist hin und her gerissen, man weiß nicht, was er will Ja, ich will nicht, was ich will Äh, ich weiß nicht, was ich will Ich will nicht, was ich will Was ist mein Willow Kann man hier drauf drücken? Was ist denn hier los? Ich habe da hinten mal einen Kopf, ich habe jetzt schon drei Dinger Aber irgendwie habe ich da Angst Was? Das ist so gruselig Wohin müssen wir? Gehen wir mal ins Zimmer rein hier Keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich habe auch keine Ahnung, hier ist aber ein Schild, einfach mal Was? Ja, hier ist einfach ein Schild Jump Jump on the desk quickly Okay, wir müssen schnell auf den Schreibtisch So schnell wie möglich Aber wo, wo kommt man hoch? Es brennt Was brennt? Nein, nein, nein Es brennt gar nicht Hier am Kopf Was? Nein Nein, nein, nein Ja, ne Münze Nein Nein, 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 nein Hier oben ist nichts Oder? Aber hier, wir müssen jetzt zum Schreibtisch Hier ist ein geiler Wege Oh, Jump and Run Ah, hier unten Mal gucken, ob da ein Köpfchen für mich ist Da ist eins Wo? Warum sagst du mir das auch noch? Ich sehe das nicht Meine hell ist dunkelkeit Äh, meine Weil wir haben ja irgendwie Ja, Kiste, 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 Kiste Ah, nur ein Buch Oh, okay Nein, Münze, 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 Münze Ja, das ist wirklich ein Können wir noch hoch, wie kommen wir noch hoch? Nein, nein, nein Nicht töten, nicht töten Was, das ist nicht mehr viel? Wir haben kein Checkpoint Wir müssen jetzt ein Checkpoint machen, weil die macht man immer am Pro von den Hier ist ein, hier ist ein Hier ist auch einer Spawnpoint Das ist das Das ist das Ist auch einer Hä? Ah, hier können wir schlafen Hä, aber wir haben doch einen Command-Block an, dann geht das so auch Ja Ja, okay Jetzt ist unser Spawnpoint hier Machen wir das Ich hab schon vier, juhu Du hast schon vier, ich auch Ah, geil Hier ist noch einer, ich hab einen gefunden Ich hab einen Wohl, dann bin ich wieder in der Führung, Freunde Meine Güte, ey Es ist zu easy Auf dem Schreibtisch, das ist doch nicht normal, Alter Was ist? Sind wir auf dem Schreibtisch schon? Ja, wir sind auf dem Schreibtisch Ah, lol Wie schnell haben wir das gemacht? Da ist noch der Stuhl Ey, da ist was, da ist, da ist, da ist Was? Oh nein Nein Haben, 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 haben Nein Ja Du hast ja Nein gesammelt, oder? Ja Oh, Mann Ich hab ein Buch, ich lese jetzt Ähm, final you came, how long can I wait for you? Nein Ich bin runtergejumpt In each room there are quests, okay, okay, in jedem Raum gibt's ne Quest zu machen Oh, bitte If you miss one of them, you can lost your first task Was? Let's go to the crib and final... Irgendwas mit nem Schlüssel Warte, nein, die ist lieber nochmal richtig Die ist das, jenes Oh mein Gott, drei Zombies auf mich, die brennen Was ist da los mit den Zombies, was ist da los? Oh mein Gott, nein, ich brenne auch Und mein Schwert ist bald kaputt, ich hab nicht alle genommen, nein, wir waren... Hast du, hast du zwei Schwerte genommen? Ja Nein, ich hab noch eins genommen, ich bin so dumm Ich kann dir das aber gerne geben, wenn dein Schrott ist Du wirst den nächsten Goat findest du Hä? Wohin müssen wir? Keine Ahnung Ich komm auch nicht mehr zurecht Ach, ich geh jetzt, ich versuch da hochzukommen, weil ich hab da ne Münze gesehen Was? Was? Es sind überall die Münzen verteilt Ja, 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 und es geht hier ums Battle zwischen uns mit den Münzen Es geht darum, nicht mehr ums Battle sind was anderes Nein, geh, kann man da hoch? Nein Hier kommt man da hoch Mann, ich bin ja der richtige Pro hier, ich kenn mich voll schlecht aus Ich hab... Wo ist... Ist da ne Münze? Ja da ist ne Münze Nein Warum komm ich da hoch? Scheiße! Nur hier lang Jaa Jawohl, jawohl, jawohl Huh, nein Das war ich Hä? Da kommt man echt nicht hin Wirklich? Ich probier noch mal Kommt man da nicht hin Hä? Doch man kommt da hin Egal, ich finde hier noch ne andere Münze Hä? Du, man kommt da von vorne hin Ich auch! Unentschieden. Was ist das? Loll. Du bist da. Er hat mich in der Luft gehittet, was ist das für ein Pro. Ich bin einfach ein kranker. Okay, da oben ist, wie kommt man da hin? Was dahin? Da über der Tür. Ah ja, oh lol. Ihr gebet immer halt was. Geh mal da nach hinten. es gibt die mit ist von dies geile im app da auf sie mal was um ein paar ist das was ist denn die nächste quest jetzt mal ich keine ahnung in jedem zimmer hat es anscheinend eine quest aber wo und wie in die schule ist ist dass du musst komplette geholter next room if you miss wollen auf dem jürgen lost jetzt ist es doch der felsicht ist ich würde sagen er aber wo ist denn hier unsere weitere aufgabe ich meine dann müssen jetzt eigentlich in den nächsten raum oder ich denke ja aber ich hab ich hab grad ein skelett nein ich hab ich hab jetzt sieben von den dingern jawohl dann bin ich in führung sieben siehstiger die 77 okay warte 77 ich würde sagen das bringt dir nichts rumzulaufen an Münzen dir das ist auch wohl da ist eine Münze aber wie kann man denn es gibt nur Münzen hier und doch ich weiß es ich weiß es ich weiß es ich weiß es nein du weißt es nicht ich hab eine idee ich hab mir grad unter die nase ich hab eine idee doch ich auch aber was mach ich denn hier grad für ein driss hier muss ich hoch und dann einmal ok jolo das wird jetzt ein richtig langer weg für mich was du gehst da alles ja ich mach so einen richtig geilen weg ich bin hinter dir also jolo aber ich wollte es auch gleich zu ende ja wollte ich gerade sagen ja aber dann ich hab eine Münze mit einer Münze nein nein ich zum ende noch eine Münze nein nein nicht nur eine Münze oh jetzt hab ich noch eine Münze ich krieg hier noch eine ich krieg noch eine nein 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 du kriegst keine mehr doch 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 ich krieg noch eine nein 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 ist der Mann in den Brunnen gefallen lalalala nein nein bist du an mir hinten dran ich bin ich kleb an dir oh oh ich zück schon im Moment keine Schwertchen raus ich hab keinen mehr keins mehr nein oh wie süß ich hinterlasse dir mal eins hier oh mein Gott jawohl da hab ich gewonnen Mist 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 oh nein jetzt müssen wir da hoch ich glaub das hab ich geh weg geh weg geh weg hier bist du hier lang das hab ich irgendwann mal in deinem Video gesehen da ja ich auch da hoch kommt doch kein Schwertchen ah hier nein nein Mann ist es schwer da rüber zu kommen oh mein Gott ich geh so jolo 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 nein hier ist die hier ist die Leiter hier ist die Leiter geh weg nein weißt du nein ich will nicht unentschieden mit der Folgeband wir haben haben wir schon überzogen ich weiß es nicht ja wir haben schon überzogen aber nur um eine Minute nein ich bin runtergefallen nein 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 ah Nubi ja Nubi Nubi hier wie viele hast du denn sieben 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 und sieftig hab ich du hast sieben und sieftig weißt du wer jetzt acht hat was ich hab acht und damit werden wir auch die Folge was nein 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 ja doch ich habe ich habe die Kiste gefunden warte noch schnell nein da ist nun Redstone drin was ist da los ok vielleicht brauchen wir das hier für eine Mission wer weiß es ich brauche Münze nein ich bin runtergefallen ich bin rot ha nein es ist auf dem Schreibtisch warte ich komme auch zu dir nein nein wo müsste ich leben noch egal ich jump auch runter warte ich jump auch runter ok ich oh mein Gott so und dann können wir die Folge auch warte ich lass mich abschießen von einem Skelett nein 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 ich bin unten ich bin unten mach ach du bist schon unten ja ja oh Leute so gut ich wurde da noch so einen kurzen Blitz und dann will ich auch die Folge beenden für heute ja ähm schreibt es in die Kommentare wie es euch gefällt und Tipps was wir hier machen sollen ich komme hier jetzt schon nicht weiter ich gucke mir mal ein Video an zu den Regeln und so oh mein Gott hinter mir ich bin hier mehr 5 Modus ich bin hier mehr 5 Modus nein ich bin hier auch sorry sorry gut und dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal das war euer Pumkin und Konso tschau tschau